Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur Pressekonferenz nach unserem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart. Ich begrüße recht herzlich beide Trainer, unseren Gästetrainer Sebastian Hoeneß und unseren Cheftrainer Dieter Hecking und würde Sebastian gleich mal um seine Analyse nach der Partie bitten. Ja, hallo zusammen. Ja, wir sind heute natürlich sehr, sehr glücklich, das Spiel gewonnen zu haben, ins Halbfinale eingezogen zu sein. Ich denke, dass wir eine erste Halbzeit gesehen haben, die aus unserer Sicht durchwachsen war, wobei das auch ein Stück weit die Erwartung war. Ich finde, dass wir gerade gegen den Ball über weite Strecken recht stabil waren, wenig zugelassen haben. Das war mir wichtig. Das war auch der Grund für die personelle Ausstellung. Wir hatten nicht allzu viel Torgefahr auf dem Platz, aber hatten natürlich die Möglichkeit, daran in der zweiten Halbzeit was zu ändern. Und ich denke, die zweite Halbzeit war dann deutlich besser, weil wir viel mehr auch vorne reingekommen sind, hatten dann am Ende, denke ich, auch drei richtig gute Chancen, von denen wir eine gemacht haben, haben schon auch zwei, drei brenzlige Situationen kreiert und unterm Strich nicht allzu viel zugelassen. Und das war für uns natürlich enorm wichtig, dort eine Kontrolle zu haben, eine Stabilität zu haben, weil wir wussten, dass die Nürnberger immer in der Lage sind, dort auch dann auch unangenehme Situationen zu kreieren. Und ich finde, dass wir da insbesondere in der zweiten Halbzeit extrem geschlossen agiert haben, ziemlich sehr fleißig waren, auch nach Ballverlusten immer wieder mit nach hinten gesprintet sind, immer wieder es geschafft haben, auch gemeinsam das Tor zu verteidigen. Und so ist das Spiel gelaufen und ich meine unterm Strich auch für uns dann ein verdienter Sieg, wenn es natürlich auch spät war. Aber ja, wir sind natürlich super happy mit dem Sieg und jetzt geht es darum, diese positive Stimmung auch mitzunehmen in die restliche Woche. Ja, vielen Dank. Dieter. Ja, Glückwunsch erstmal an Sebastian und an den VfB für den Einzug ins Halbfinale. Aus meiner Sicht, ich glaube, wir haben heute über 65 Minuten alles in die Waagschale geworfen, was drin ist. Wir haben ein Fight abgeliefert, wir haben gut verteidigt, wir haben die anderen Momente im Umschaltmoment gehabt, die wir hätten nutzen können, noch besser nutzen können, glaube ich, in der in der Endphase dieser Angriffe. Nichtsdestotrotz ist es natürlich dann schon bitter, man kann noch später ausschalten, den Pokal haben wir gestern gesehen, aber wenn du dann so spät das Tor kriegst, dann hast du irgendwo die Hoffnung, dass du vielleicht in die Verlängerung reinkommst. Wobei, eigentlich so ab der, wir hatten eine gute Phase nach der Halbzeit und dann kam so der Bruch so ein bisschen bei uns im Spiel, wo wir ein bisschen wechseln mussten, es ging ein bisschen Intensität verloren in der Arbeit gegen den Ball. Der VfB kam deutlich häufiger in die Endzone rein, als wie vorher. Und dass sie dann natürlich, wie sie dann auch wechseln können, das ist vielleicht dann auch der Unterschied zu unserem Kader. Das muss aber auch so sein, wenn du in der Bundesliga bist, dass du noch nachlegen kannst. Und da haben wir dann Probleme bekommen. Trotzdem ist natürlich die Entstehung des Tores sehr, sehr ärgerlich für uns, wenn du an der gegnerischen Eckfahne eigentlich in einer nicht so ganz so schlechten Situation bist. Und dann dich leider mit einem Fehlpass dann selber ausspielst und in den Konter reinläufst. Das ist dann ärgerlich. Aber wie Sebastian auch schon gesagt hat, unser Torwart hat uns auch zwei, drei Mal vorher gerettet mit Aktionen. Von daher bleibt für uns in einem Strich eine Leistung, die ich glaube, als sehr positiv bewerten darf. Und die Probleme, die wir heute gesehen haben, die begleiten uns ein Stück weit, war aber heute auch nicht anders zu erwarten. Weil du spielst eben auch gegen eine Bundesliga-Abwehr, die auch versteht, wie es zu verteidigen gilt. Also von daher ein verdientes Ausscheiden am Ende. Trotzdem meiner Mannschaft ein riesen Kompliment, auch wie sie es taktisch umgesetzt haben heute. Das war ja auch für uns nicht ein System, das wir so oft gespielt haben. Vor allen Dingen auch immer mit den beiden offensiven Mittelfeldspielern von Stuttgart mutig nach vorne zu verteidigen. Das haben wir sehr, sehr gut umgesetzt. Und von daher können wir auch selber noch einiges mitnehmen für den Rest der Saison. Und bei aller Enttäuschung müssen wir jetzt den Kopf hochnehmen. Wir haben da zwei Tage Zeit für. Leider einen Tag weniger als der VfB. Wir müssen Samstag schon wieder ran. Und ja, wenn wir diese Intensität wieder auf den Platz bringen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir dann auch die erfolgreichen Ergebnisse haben, die wir brauchen. Dieter, auch dir vielen Dank. Gibt es Fragen von euch? Einmal hier vorne gerne mit Medium. Simeon Kramer, Zeitungsverlag Weiblingen. Meine Frage geht an Sie, Herr Hoeneß. Wir haben uns gestern erst um 11 Uhr auf der Pressekonferenz gesehen. Es blieben gerade mal 30 Stunden Vorbereitung. Können Sie kurz erklären, wie diese 30 Stunden abliefen? Wie haben Sie sich eingefunden? Wie haben Sie mit der Mannschaft gesprochen? Es war ja eine kurze Vorbereitungszeit. Gut, also so viel Zeit haben wir jetzt hier, glaube ich, nicht. Aber natürlich ging alles Schlag auf Schlag. Ich habe es aber auch gestern schon gesagt. Irgendwie fand ich das gut, gar keine Zeit so richtig zu überlegen. Für uns war es natürlich, oder meine Überlegung musste natürlich sein, was gebe ich jetzt an die Mannschaft, was werden wir verändern? Wichtig war, sie nicht zu überladen. Abläufe mussten natürlich gegen den Ball klar sein. Mit Ball haben wir relativ wenig gemacht. Außer mit einer kleinen Gruppe Positionierungen durchgegangen, mal durchgespielt, aber ohne Gegner. Und die Haltung für das gestern Training war wichtig. Das haben wir vorher angesprochen. Und das haben wir gestern auch schon gesehen und ich finde auch über weite Strecken heute auch gut übertragen können. Natürlich nutzt man dann auch die Möglichkeit, mit vielen Spielern zu sprechen. Aber auch da gilt, nicht zu viel versuchen reinzugeben in die Köpfe. Aber natürlich will ich Botschaften senden und nutze dafür die Gespräche. Und dann sind wir nach Nürnberg gefahren, hatten heute nochmal ein Training, Standards und waren unterm Strich, denke ich, ganz gut vorbereitet für das Spiel heute. Und sind super happy, dieses Gefühl zu gewinnen. Das muss uns gut tun. Das müssen wir mitnehmen. Gibt es weitere Fragen? Einmal ganz hinten. Felix Arnold, Bild Stuttgart. Meine Frage geht auch an Sie, Herr Hoeneß. Enzo Mio hatte die letzten Wochen jetzt nicht so einen leichten Stand beim VfB. Wie sehr freuen Sie sich für ihn, dass er heute das Tor gemacht hat und das Spiel entschieden hat? Klar freue ich mich für ihn. Ich freue mich, dass er uns helfen konnte. Ich habe es der Mannschaft vorhin schon gesagt. Genau das ist der Weg. Er hat nicht begonnen, ist dann reingekommen und hat das Spiel entschieden. Es geht nur so, dass wir jetzt da geschlossen als Gruppe die nächsten Wochen bestreiten. Das muss der Weg sein und das ist natürlich ein perfekter Auftakt, um genau das dann auch zu dokumentieren. Ich habe allgemein heute eine Gruppe gesehen, die mitgelebt hat, die Bank hat mitgelegt, die Wechselspieler sind über den ganzen Platz gelaufen, um mit Enzo zu feiern. Das muss der Spirit sein, aber unsere Aufgabe wird es sein, spätestens ab morgen das dann auch wieder einzufordern. Ja, er ist einmal da, genau. Ja, Roland Zorn, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Herr Hoeneß, wie hat Ihnen denn dieser Mix gefallen? Erste Halbzeit würde ich mal sagen Pflicht erfüllt, aber zweite Halbzeit eben auch Spielfreude gezeigt. Ist das etwas, was man auch so ein bisschen übertragen kann auf die nächsten Spiele? Ja, hoffentlich. Wie ich schon gesagt habe, erste Halbzeit war sicher durchwachsen, aber mein Gefühl war schon nicht so verkehrt. Wir haben sicher nicht genug Torgefahr kreiert, aber über weite Strecken Kontrolle gehabt, nicht allzu viel zugelassen und konnten dann natürlich auch über Wechsel in der zweiten Halbzeit nachlegen. Das wusste ich und hatten mit Enzo, mit Seru, aber auch mit Thiago drei, die sofort da waren und natürlich unangenehm sind. Für Innenverteidiger ist das, glaube ich, kein Spaß, wenn du 70 Minuten gespielt hast und dann kommen die beiden rein. Das ist natürlich super aufgegangen und deswegen sind wir happy. Und hier vorne nochmal erste Reihe. Ja nochmal Simeon Kramer, wir hatten gestern auch von einer Systemumstellung gesprochen, Viererkette, Dreierkette mit Wingbacker System. Sie haben gestern gemeint, vielleicht wollen Sie lieber das behalten, was die Mannschaft schon kann. Jetzt haben Sie doch mit Dreierkette spielen lassen. Warum und wie zufrieden waren Sie? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich gesagt habe, dass ich es vielleicht behalten möchte, aber natürlich wollte ich mir auch nicht in die Karten schauen lassen. Warum? Bauchgefühl, wenn ich das Gefühl habe, dass das zu dem Personal, das wir jetzt hatten, am besten gepasst hat. Ja, drei Innenverteidiger, die, glaube ich, auf sehr hohem Niveau spielen, sehr gut verteidigen können, uns da auch eine gewisse Stabilität geben können. Das waren Gedanken. Ich habe versucht, einfach so viele Spieler wie möglich auf ihre vermeintlich besten Positionen zu stellen. Aber ja, das waren die Hintergedanken dabei. Was war die zweite Frage? Ja, offensichtlich zufrieden. Natürlich haben wir gerade in der ersten Halbzeit noch Luft nach oben, aber nochmal, das war irgendwo auch die Erwartung. Die zweite Halbzeit haben wir uns enorm gesteigert, haben den Kopf nicht verloren. Finde ich wichtig in so einem Pokalspiel vor 50.000, haben relativ wenige große Druckphasen zugelassen. Und das spricht für einen klaren Kopf und einer guten Kontrolle. Martin Funk von der Bild Nürnberg. Herr Hecking, das war ein sehr laufintensives Spiel heute und man hat auch gemerkt, dass so ab der 65. Minute nicht nur bei Jens Kastrup die Kräfte irgendwie nachgelassen haben. Wie kriegen Sie die Beine jetzt wieder frisch? Das Spiel am Samstag ist ja ähnlich wichtig für den Klub. Ja gut, wir regenerieren jetzt drüben schon am Pfalz. Wir versuchen natürlich alles in den nächsten 65 Stunden dafür zu mobilisieren, dass wir da die Frische wieder haben. Allerdings sieht man ja auch, wir haben denke ich auch heute noch welche auf der Bank gehabt, die sicherlich auch am Samstag vielleicht zum Einsatz kommen könnten. Ja, das gilt es jetzt einfach mal abzuwarten, wie die Spieler sich morgen fühlen, wie sie sich Freitag fühlen. Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja. Aber ich glaube, dass die Jungs auch so viel mitnehmen können, dass sie sagen, ja okay, das ist die Messlatte, da müssen wir wieder hin. Ja, und das wird nicht weniger intensiv werden gegen Karlsruhe. Die haben auch eine richtig gute Saison bis jetzt gespielt in der Rückrunde. Ja, und da werden wir wieder gefordert sein. Und wie gesagt, das werden wir genauso angehen, wie wir es heute angegeben haben. Gut, weitere Fragen sehe ich nicht. Für uns geht es dann am Freitag mit der Pressekonferenz um 11.30 Uhr vor dem Spiel gegen Karlsruhe weiter. Euch allen einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause.